So, ihr Lieben, ich bin auf der Weg zum Jumbo. Genau genau, wenn ihr seht, bin ich ja schon im Jumbo. Zumindest genau davor. Und was passiert, wenn da die Kamera ist? Wir schauen mal, was einfach da zu sehen ist. Oh, Gran Canaria. Oh, Gran Canaria. Und jetzt das Wetter. Hallo und herzlich willkommen hier bei Herbiv Gran Canaria. Ja, heute Abend Sonntag. Sonntagabend. Wir haben es noch gar nicht so spät. Ungefähr halb neun. Ihr seht einen schönen Himmel, ein schönes Wetter. Wenn ich mich mal so umdrehe, da hinten seht ihr noch, wie die Sonne untergeht. So, warte mal, da hinten genau. Ziemlich jetzt gerade sozusagen der Sonnenuntergang. Das heißt, innerhalb von einer Viertelstunde wird es jetzt dunkel sein. Und ich gehe mal einfach rein ins Geschehen. Ich schaue mir das mal von oben an. So, alles ist auf Vorwartung oder Vorfreude. Auf, ja, auf die Tatsache, dass es heute Abend wieder hier rund geht. Ich bin hier in Strixbeck. Da habe ich schon Bilder gesehen von gestern und vorgestern Abend. Mein lieber Herr Gesangsverein. Da war was los. Halleluja. Ja, aber ihr seht, die sind vorbereitet. Da hat man einfach in der Mitte gar keine Tische mehr, weil da einfach Menschenmassen sind zum Tanzen. Ich gehe mal weiter. So, in der Tat, es ist noch Zeit zum Shoppen. Und wenn man da unten drunter schaut, zum Essen gehen. Auch hier, ihr seht überall Restaurants. Ja, und schon Menschen da. So ist es nicht. Wenn man überlegt, die ganzen anderen Menschen, die alle irgendwie jetzt noch im Restaurant, ach Quatsch, in den Hotels essen. Und das wird schon voll. Und ich habe auch gerade eben beschlossen, ich werde nochmal hier heute Nacht vorbeischauen. Irgendwann so 11, 12 Uhr. Und dann wollen wir mal schauen, können wir diese Fotos ja vergleichen mit dem, was wir dann sehen werden. So, von hier aus seht ihr mal die Bühne. Und ja, das ist schon effektiv mit dieser Bidi-Wall. Also das ist schon eine ganz tolle Geschichte. Und wenn ihr mal schaut, was ihr alles am Platz noch wisst, da ist auch gar kein Mensch. Also, wie gesagt, ist natürlich auch der Sonntag. Und ja, wollen wir mal schauen, ob genau dieses Video wegen der Musik, obwohl ich schon sehr laut dagegen rede, mir die Urheberrechte wieder nimmt von meinem eigenen Film auf dem YouTube-Kanal. Aber das werde ich gleich sehen. Das soll es von hier aus gewesen sein. Ich werde heute Nacht nochmal reingehen. Und dann werden wir mal schauen, wie es dann aussah. Tja, kanadische Sonne kann ich euch nicht zeigen, aber einen schönen... Nee, ich zeige euch dieses Bild. Das ist viel schöner. Zum Schluss, ihr Lieben, noch eine Sache. Und zwar die berühmt-berüchtigte Pinkelecke. Ja, ist noch komplett trocken. Riecht noch nicht nach Ammoniak. Aber das ist eher was, ich sage mal, für das zweite Wochenende. An dieser Stelle alle Mütter hier in Spanien. Denn heute ist Muttertag gewesen. Und ja, liebe Mütter in Spanien. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Schön, dass es euch gibt. Ohne euch gibt es uns alle nicht. Und ja, der Gruß an die Mütter in Deutschland, der kommt nächsten Sonntag. Tschüss, bye bye. Dein Ihr, euer Martin Schubert. ... Vielen Dank.